und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klemmer steinbaus heute mit einem set von lego und zwar die 76921 den audi s1 e-tron quattro und ich hoffe dass ich von diesem set nicht enttäuscht werde denn um die frage zu stellen ob dieses set hier bei mir vielleicht emotional etwas ankratzen könnte kann ich auch einfach mal die kamera hier rausnehmen und zeige euch den hintergrund dieses platzes zugegebenermaßen hat der s1 e-tron nicht mehr allzu viel mit dem s1 sport quattro zu tun aber trotzdem ist das natürlich ein richtig richtig cooles fahrzeug bei dem ich hoffe dass lego mich hier nicht enttäuschen wird zumal ja auch hier die uvp noch gestiegen ist und damit wachsen irgendwo auch die erwartungen ich bin mir natürlich im vornherein auch schon bewusst dass hier sehr sehr viel gestickert sein wird dazu sage ich im verlauf nichts mehr denn ich habe ja schon in anderen videos auch erwähnt bei speed champions und speed champions ähnlichen fahrzeugen finde ich sticker in ordnung auch wenn das maximum natürlich trotzdem immer prints bleiben na ja außer sie sehen so aus davon abgesehen ist das hier auf jeden fall ein sehr sehr cooler speed champion gewesen aber wenn ihr zudem mclaren mehr sehen wollt dann schaut doch einfach dieses video bis zum ende und guckt dann mal in die beschreibung denn da habe ich euch das video zum mclaren verlinkt die verpackung finde ich wirklich schön gestaltet einfach aber schön hier mit dieser schnee landschaft und den schneeigen bergen im hintergrund dafür steht ja irgendwo quattro von oben haben wir das klassische speed champions design von der seite warten auch keine überraschungen die andere seite enttäuscht mich schon ein wenig also ich finde da hätte man sich noch etwas schönes einfallen lassen können und sie nicht einfach so leer lassen sollen und auf der rückseite haben wir wieder das schöne design das fahrzeug von hinten gezeigt dann das originale vorbild hier und das fahrzeug noch einmal von oben und ich muss schon sagen das sieht wirklich wirklich gut aus ich hoffe hier hat lego nicht viel retuschiert sondern dass das echte modell am ende genauso gut aussehen wird um das herauszufinden verlieren wir gar keine zeit ich mache das ganze jetzt auf und wir schauen uns zusammen die steine tüten und die anleitung an und freunde es gibt einen historischen moment denn ich hatte mit papiertüten bisher eher wenig am hut und in diesem fall besteht das ganze set aus den neuen papiertüten sehr cool dass ich die jetzt auch selbst mal erleben darf uneingepackt haben wir dann noch diese speed champions basis einen sticker bogen der echt kleiner ausfällt als ich es erwartet hätte also ich habe mir ja auch letztens den mazda 787 b angeschaut und da war nochmals dicker mäßig um einiges mehr los und wir haben natürlich die anleitung die ist wie wir das von lego kennen klammergebunden relativ dick mal wieder leider keinerlei einleitung und worte zur lizenz es ist natürlich in zwei bauaufschnitte unterteilt seht ihr ja auch schon an den tüten und insgesamt haben wir 97 bauschritte auf 79 seiten verteilt bis das fahrzeug fertig ist dann haben wir noch mal den werbeblock für andere speed champions wie gesagt den mclaren haben wir uns ja schon zusammen angeschaut und wir haben natürlich eine teile liste mit dabei hier fällt direkt auf es gibt auch beprintete teile und das ist noch die zweite seite der teile liste jetzt schauen wir doch mal in die papiertüten rein wie gesagt ein historischer moment für valley brick wie lassen sie sich öffnen das aufreißen ist erstmal gewöhnungsbedürftig hat sich jetzt aber nicht falsch angehört und ging wirklich leicht dann haben wir hier schon die ersten teile in der tüte drin und noch mal zwei einzeln verpackte tüten ebenfalls papier und auch diese kleinen tüten lassen sich gut öffnen ich hätte es ja jetzt gefeiert wenn das wie so eine matryoshka wäre und wenn wir dann die kleinen tüten aufreißen dass noch eine andere tüte drin wäre aber das ist natürlich nicht so da haben wir also die steine für den ersten bauschritt schon zu liegen ich freue mich sehr darauf und dementsprechend fange ich jetzt anzubauen und wir sehen uns nach dem ersten bauabschnitt wieder nach genau 50 bauschritten haben wir die heckpartie schon fertiggestellt und was sagt ihr dazu aber wenn man zumindest auf diese modernen fahrzeuge steht dann sieht das doch schon mal richtig aus und vor allem haben wir um den hexboiler diese zwischenlinie was übrigens ein snowboard ist und den diffusor zu bauen auch echt nette bautechniken für ein speed champion drin also der bau hat die ganze zeit spaß gemacht und war auch abwechslungsreich wir haben hier natürlich den sticker das sind sticker das sind sticker das alles auch sind sticker und hier auf der seite und hier haben wir sticker auch was man lego auf jeden fall zugute halten muss sie haben auch gedruckt diese linie mit dem audi symbol ist ein print dann die linie darunter die so ein wenig reflektiert ist ebenfalls ein print und ich finde das sind sehr schöne prints an der seite von einer plate das ist wirklich gut gelungen dann dieses hashtag future is an attitude ist ein sticker dieses slopes und das grau auf den slopes sind dann wieder prints also ich finde gerade diese zierlinie und die linie mit dem audi logo zu printen war eine sehr gute entscheidung und zeigt mir dass da lego mit gedacht hat einen teil des innenraums haben wir auch schon gebaut für sein modernes auto sieht das richtig cool aus ich hoffe das geht vorne genau so weiter und in diesem ersten bauschritt hat das richtig spaß gemacht ich hoffe natürlich dass das so bleibt also machen wir jetzt das schöne tütchen numero zwei auf und dann sehen wir uns gleich mit dem fertigen fahrzeug wieder fertig ist der audi s1 e-tron quattro und ich brauche dazu fast nichts sagen außer wow das ist wirklich mal wieder ein richtig richtig guter speed champion und ich ziehe es schon mal vor auch wenn sich die uvp hier erhöht hat ist dieses auto auf jeden fall meiner meinung nach sein geld wert wenn wir in lego preisen rechnen der bau hat durchgängig super viel spaß gemacht klar wir haben einige sticker wir haben darüber gesprochen aber wir haben auch wirklich viel an diesem fahrzeug geprintet das zeige ich euch jetzt gleich mal einmal haben wir diese wunderschönen ratio blenden geprintet die sehen richtig gut aus dann haben wir auch hier vorn diese zwei teile geprintet das audi logo hier ist geprintet genau wie die zwei steine daneben diese zweier slopes sind wunderschön beprintet das motorhaubenteil hier ist ein richtig hübscher print die grauen slopes sind wieder beprintet und hier dazwischen wenn ihr genau hinschaut ist auch noch mal ein kleiner print seitlich auf einem stein zu sehen genauso wie die scheibe die bedruckt wurde und diesmal sieht es auch wirklich stimmig aus sie haben den farbton noch nicht zu 100 prozent getroffen aber das erkennt man wirklich nur bei genauem hinsehen und deshalb sieht das fahrzeug auch durchgängig wertig aus und selbst wenn man die sticker weglassen würde die meiner meinung nach auf jeden fall trotzdem drauf müssen denn ich finde das fahrzeug sieht hervorragend aus mit stickern hätte es auch ohne sticker dementsprechend gut ausgesehen weil wir eben doch viele wichtige akzente wie hier vorne die scheinwerfer die audi logos und die ratio blenden hier als coolen print dabei haben auch wenn das maximum natürlich immer noch voll bedruckt wäre finde ich hat hier lego einen sehr sehr schönen mittelweg gefunden und auf jeden fall ist die druckqualität hier deutlich höher als bei dem mclaren kollegen den wir uns auch zusammen angeschaut haben also wirklich wirklich stark und auch der mclaren hat mir ja an sich gut gefallen mit abzügen an diesem fahrzeug finde ich aber so gut wie keine abzüge der einzige punkt wenn man so möchte wäre dass wir hier hin und wieder ein paar sichtbare angusspunkte an den steinen haben ende das hat aber jeder hersteller vom verbauen war die steinequalität fehlerlos wirklich klasse alle steine sahen gut aus bis auf die kleinen pünktchen die selten mal vorgekommen sind die konstruktion hat durchgängig spaß gemacht obwohl die highlights meiner meinung nach vor allem im heckbereich saßen und er ist wenn man auf moderne auto steht und auch auf das echte vorbild steht wunder wunderschön geworden ich finde an diesem fahrzeug so gut wie keine ecke wo es etwas zu mekeln gebe und das ist für speed champions größe wirklich ganz ganz großes kino und ich persönlich als jemand der das vorbild cool findet das muss man immer dazu sagen das ist natürlich subjektiv jemand das vorbild nicht cool findet findet natürlich auch diesen speed champion nicht cool aber ich mag das vorbild sehr und ich liebe auch diese moderne optik ich liebe diese auffälligen bedruckungen ich liebe die reflektionen und ich liebe die radkappen so komme ich von dem fahrzeug rein von dem fahrzeug zu dem fazit dass es für mich der schönste speed champion ist den ich jemals von lego gebaut habe und da natürlich die speed champions auch bespielbar wären wenn man damit fährt oder man kann eine figur einsetzen die wir uns gleich noch einmal reinschauen aber da die optik bei den speed champions doch nochmal das wichtigste ist und sehr sehr viele leute sich das ins regal stellen ist es meiner meinung nach auch im gesamtpaket einer der besten speed champions die ich gebaut habe und ihr wisst denke ich wenn ihr diesen kanal verfolgt wenn es etwas zu kritisieren gibt dann mache ich das egal ob es kobe lego sluban oder irgendein anderer hersteller ist aber bei diesem fahrzeug gibt es für mich keine kritik die man irgendwie glaubwürdig rüberbringen könnte außer man betrachtet lego durch die das ist eine ganz ganz böse firma brille aber ich bewerte die produkte und da kann ich nur sagen das hier ist ein klasse produkt so wunderschön und überzeugend das fahrzeug ist so unspannend und fast schon etwas einfallslos finde ich die figur es ist eine typische speed champions figur man hat keine großen höhen und keine großen tiefen es ist der rücken bedruckt die brust ist bedruckt relativ unauffällig aber auch die beine sind von vorn bedruckt es ist eine schöne figur aber sie verblasst neben so einem meiner meinung nach wirklich grandiosen set schon fast ein wenig den obligatorischen schraubenschlüssel hat sie natürlich dabei zu guter lässt haben wir natürlich auch noch die paar ersatzteichen wie wir das von lego gewöhnt sind da ist jetzt nichts super spezielles dabei aber gerade so etwas wie die visiere finde ich immer schön dass sie die zwei mal reinpacken was ein visier auf dauer auch mal kaputt gehen kann nett zu erwähnen ist doch dass jede 1x1 plate in rot diese bedruckung hier dabei hat also sie haben sie nicht noch einmal normal reingelegt sondern wirklich jede 1x1 plate die hier verbaut wird hat diesen print wenn man den also noch für was anderes nutzen möchte dann hat man da ein paar steinchen von dabei ich glaube ich muss in diesem fall kein großes fazit geben das ist seit langem mal wieder ein lego set was mich wirklich begeistert hat und dementsprechend bekommt ist natürlich eine kaufempfehlung und ich kann nur sagen norbert ich habe ja mit dir auf dem discord vorher geschrieben du hast mir gesagt dass du dieses set cool fandest ich bin trotzdem mit einer gewissen skepsis noch angegangen aber du hattest zu 100 prozent recht wenn ihr natürlich dieses set selber sitzt dann schreibt immer gerne eure meinung dazu in die kommentare und wenn euch das video gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben und ein abo da um in zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer valleybrick